Norddeutscher Rundfunk 2021 Zwei. Herzlichen Glückwunsch. Zwei auf dem behinderten Parkplatz. Eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Da müssen wir aber einen Parkplatz suchen, wo wir fahren dürfen. Ja, dann fragen Sie mir bitte wo. Ist nicht mein Problem. Es gab noch niemanden, den wir nicht geschafft haben. Heringsdorf, Sonnabendmorgen um kurz nach neun. Für Enrico Knüppel hat die Schicht gerade begonnen. Und schon hat er seinen ersten Parksünder. Gestern vom Kollegen schon ne Verwarnung bekommen. Gucken mal nach, ob der sich bewegt hat mit dem Fahrzeug. Das erkennt er an der Radstellung. Dazu muss ich ihn kurz eintippen. Zwölf, sechs, drei und neun. Und dazwischen halt, das würde jetzt auf zwei stehen, ein. Und so erkennen wir das halt. Jetzt können wir halt gucken, ob er sich bewegt anhand der Welltilstände. Zwei und elf, er hat sich nicht bewegt. Würde ich ihm jetzt ne Verwarnung dran machen, wäre es ne Doppelverwarnung. Und das können wir nicht tun. Der Erste hat Glück gehabt. Aber es gibt bestimmt noch genug Knöllchen zu verteilen. Urlaubszeit, das bedeutet Hochkonjunkturen in Kaiserbädern. Auch für die Kfz-Mechaniker in Bansin. Von der Tankstelle am Ortseingang koordiniert Holger Gassmann Pannenservice und Abschleppdienst. Den einzigen auf der Insel Usedom. Das ist ein Wohnmobil. Ja. Da leuchtet die Motorkontrollleuchte. Steht in der Driftstraße unten auf dem Parkplatz. Ja. Vor der Labanstraße rein. Fahr mal bitte hin, guck dir das an. Gut, machen wir. Mit dem Tester auslesen. Ja. Gut, machen wir. Okay. Sven Morrison hat heute die 24-Stunden-Schicht gewonnen. Bereitschaft. Pannenhilfe, Abschleppen, Werkstatt. Alles, was so anfällt. Bis auf einen Autofahrer, der sich ausgesperrt hatte, war aber noch alles ruhig. Die Urlauber aus Kassel sitzen schon wie auf Kohlen. Ausgerechnet, wenn's nach Hause gehen soll, streikt der Motor. Dann können wir mal den Wagen kurz starten, ja. Ja, mach ich. Dann kann ich mal selber mal kutzen. Ja, der Schlüsselsteck. Der Schlüsselsteck, ist hier ein großer Hund drin, ne? Wir haben den Tag nämlich ... Da kam der große Hund vor. Wie lange stand der Wagen jetzt? Na ja, weiß ich. Der stand wohl ein paar Tage. Aber das gleiche Problem, was er hat ... Ich wollte letzte Woche Donnerstag aus dem Sauerland in den Urlaub fahren. Das gleiche Problem hatte ich auch. Das Problem ist, wenn die Autos so lange stehen, die halten den Druck nicht. Und dann geht das über den Rücklauf alle zurück. Richtig. Und dann kann man nur den, nur den. Der muss ja den Kraftstoff über das ganze System von hinten aus dem Tank erst mal ein bisschen vorpumpen. Und dann hat man auch mal schnell eine Luftblase drin und dann schwingt die auch nicht nach. Ja. Ich hab da ... Meins ist ... Meins ist jetzt acht Jahre alt. Ja. Ja. Es ist weg. Es ist aus. Wenn sich der Fehler löschen lässt, von so einem außenstehenden, nicht markengebundenen Tester, dann ist praktisch kein Schwer. Wenn jetzt die Kraftstoffpumpe, der Drucksensor kaputt wäre oder so, würde ja quallen, ruckeln, würde kein Gas annehmen. Aber der Fehler ist raus jetzt. Alles gut. Die Camper aus Kassel können also beruhigt ihre Heimreise antreten. Von Bansin etwas mehr als 600 Kilometer. Genau. Aber hier ist erstmal der Pazelschein zurück. Musst du hier was bezahlen? Nein. Alles gut. Heute ist Sonnabend. Abreisetag. Da haben er und seine Kollegen am meisten zu tun. Oft steht das Telefon dann gar nicht mehr still. Man weiß nie, wenn jetzt ein Telefon klingelt, welcher Panne, Unfall, welche Sache einen erwartet. Und so jetzt die Sache mit dem Wohnmobil, ist ja natürlich immer, die Leute wollen nach Hause, wollen halt abreisen, haben noch 500 Kilometer Vorsicht und wenn man denen dann weiterhelfen kann, ist ja gut. Enrico Knüppel hat die nächsten Falschparker am Wickel. Ein schattiges Plätzchen schön dicht am Strand. Allerdings eine Rettungszufahrt. Absolutes Parkverbot. Und jetzt sind es nur zwei Fahrzeuge. Wir hatten aber schon vor längerem Mal, dass sie bis hinten durchgestanden haben, die Fahrzeuge. Und vorne kein Krankenwagen. Rechtszeitig rumgekommen ist erst nach mehrmalen Rangieren und in der Zeit halt die Patientin am Strand verstorben ist. Ist natürlich sehr tragisch. Aber da sieht man mal wieder, wie wichtig doch auch unsere Arbeit ist, dass wir gewisse Wege frei halten und das ist hier halt so ein Weg. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Sie liegen am Strand. Ja, ganz kurz. Na ja, ganz kurz ist jetzt ein bisschen untertrieben, ne? Warum? Hier dürfen Sie nicht stehen. Hier ist eine Rettungszufahrt, eingeschränktes Halteverbot. Hier hat man ja sonst ja keine Chance überhaupt hier. Ja, aber dann kann man trotzdem nicht verkehrswidrig stehen. Das stimmt. Ja. Einsteigen, wegfahren, würde mir jetzt am liebsten gefallen. Super. Ich weiß, ist ein bisschen schwierig mit den Parkplätzen, aber ... Ja. Haben Sie Glück, dass ich noch hier bin? Haben Sie noch Glück? Nee, weil, ist eine blöde Ecke hier hinten. Ja. Ist natürlich sehr komfortabel. Früher haben wir mehr. Dann haben wir auch noch kein Parkverbot hier vor ein paar Jahren. Na, solange ich hier bin, ist es. Ja? Ja, ja. Er drückt also auch mal ein Auge zu, wenn der Parksünder einsichtig ist. Da kann man das schon mal machen. So, dann gucken wir hier nochmal die Ventile durch. So, gut. Holger, die Sache ist abgearbeitet. Der Wagen war auch nicht abgeschleppt worden. Der ist angesprungen. Vielleicht ließ sich löschen können und kann nach Hause kommen. So glatt läuft es nicht immer. An der Tankstelle erlebt man schon was. Gerade in der Urlaubszeit. Also wir hatten letzte Woche mehrere, oder diese Woche mehrere extreme Storys. Die härteste war, wo ein Mann seine Frau ausgesetzt hat bei mir an der Tankstelle. Er tankte sein Auto voll, schickte seine Frau zum Bezahlen rein und fuhr los. Sie merkte, er fährt los und hysterisch. Mein Mann hat mich vergessen. Ich sage, das ist ja nicht schlimm. Hat er ein Telefon mit? Ja, hat er mit. Da habe ich da angerufen und gesagt, schönen guten Tag, Tankstelle Banzin. Sie haben gerade Ihre Frau vergessen. Da sagt er, nee, habe ich nicht vergessen. Ich wollte die nicht mehr mitnehmen. Da habe ich gesagt, das ist aber schlecht. Ich will sie auch nicht haben. Ob er nicht umdrehen könnte und sie abholen könnte. Na ja, sagt er, dann muss ich das wohl machen. Bis jetzt ist aber alles ruhig. Sven hat sich auf das Pannenmotorrad geschwungen. Knapp fünf Kilometer südlich in Rezo ist die Motorradwerkstatt der Firma. Die hat der Chef extra für ihn eingerichtet. Sven ist nämlich gelernter Zweiradmechaniker. Es sind ja auch viele, die mit Motorrädern Urlaub machen auf Campingplätzen. Dann können wir denen dann praktisch versuchen weiter zu helfen. Oder dann halt die normalen Dorfbewohner, die mit ihrer Schwalbe und so hier ankommen und Kummer haben. Die kleine Werkstatt ist auf dem Grundstück der Eltern seines Chefs. Hier hat der Vater von Holger Gassmann schon zu DDR-Zeiten Trabis repariert. Sven, ich bringe dir dein Mittagessen. Oma, hi. Guten Appetit. Gut, Dankeschön, Oma. Ich lass das schmecken. Gut, den Teller stell ich wieder von unten hin. Ja, du stellst vom Fenster. Gut, mach da. Dankeschön. Bitte. Tschüß. Tschüß. Könnt ich doch nicht rumlassen, ne? Nee. Danke, Oma. Mopedschrauben mit Familienanschluss. Ist total herzlich und lieb hier alles. Ist ja die Mutter, praktisch Verwandter vom Chef, aber eigentlich behandelt sie ihn wie der eigene Sohn hier. Also wenn ich Kummer habe oder irgendwas ist, kann ich zur Oma gehen, Fragen, erzählen. Manchmal setzen wir uns da hinten auf der Bank abends. Wenn Feierabend ist, dann erzählen wir mal von meinem Leben, sie von ihrem Leben. Die haben ja alle schon ein bewegtes Leben hinter sich. Ich finde es immer interessant, sich mit denen mal darüber zu unterhalten. Irgendwelche Sachen vom Krieg zu erfahren und wie das hier mal war früher. Ja. Ist mir schon ans Herz gewachsen hier, die Oma, mit der Welle. Das ist jetzt so eigentlich deine Klasse, ne? Ja. Wegen der Motorräder ist Sven Morrison eigentlich von Berlin auf die Insel gekommen. Viele Jahre ist er selbst Motocross gefahren und war Mechaniker für Profi-Teams. Ein Fahrer von Usedom hat ihn als Rennmechaniker angeheuert. Die Sorte Spree haben wir dann auch immer als Deo-Spray abends für die Disco genommen, weil es so schön riecht. Wenn wir abends mal weggegangen sind. Beim Motorradrennen, ja. Das mit dem Usedomer Rennstahl lief dann nicht wie erwartet. Und so kam er vor zwei Jahren zum Pannendienst. Mit seinem Pannenhilfe Motorrad kommt er schnell von A nach B. Das hat sich schon oft bewährt auf der Insel. Besonders, wenn mal wieder überall Stau ist. Dieses Mal muss Sven aber nur zurück zur Tankstelle. Der Chef kommt gerade mit einer Urlauberin auf den Hof, die dringend eine neue Batterie braucht. Enrico Knüppel ist jetzt seit drei Stunden Parksindern auf der Spur. Vor der Post immer noch ein Gehwegparker, den er schon heute Vormittag aufgeschrieben hat. Man hat ihm zu lange die Chance gegeben, oder lange genug. Jetzt werden wir ihn umsetzen lassen, umgangssprachlich abschleppen. Der Gehwegparker wird zur Last in der schmalen Straße. Für Fußgänger und den Lieferverkehr, der hier Hotels und Läden versorgt, eine echte Behinderung. Aus dem 30-Euro-Knöllchen wird ein Fall für den Abschlepper. Jetzt ist der Ordnungshüter gnadenlos. Hallo Herr Gassmann, Kommandant der Ordnungsdienst. Ich hätte da jemanden zum Umsetzen. In Heringsdorf in der Klenzestraße, kurz vor der Post. Sven Morrelson hat inzwischen den Wagen der Urlauberin mit einer neuen Batterie versorgt. Alles klar für die Warterreise. Amarok, Heringsdorf-Klenzestraße. Das ist fest, also an der Ampel hinten hoch Richtung Polizei. Oben links am Kindergarten, gleich die nächste rechts wieder runter. Und da unten ist die Post, da steht der Herr Knüppel vom Ordnungsamt und da soll ein Auto umgesetzt werden. Abschleppen. Das mag Sven eigentlich gar nicht. Jetzt können wir ja schon mal die Kandidaten dahinter machen. Eine Provision kassiert er nicht, auch wenn ihm das manchmal unterstellt wird. Seit zwei Jahren macht Enrico Knüppel den Job. Und das ist einer der Unbeliebtesten auf der Insel. Immerhin 150 Euro kostet zum Beispiel diese Aktion den Falschparker. Hallo. Sven, ich moin, grüß dich. Grüße. Alles gut? Um den, wann geht's? Um den geht's erstmal? Ja. Eventuell den dahinter auch noch, müssen wir mal gucken. Aber der steht halt schon längerfristig hier, ne? Okay, machen wir. Wie gesagt, Gang ist drin, aber keine Handbremse habe ich gesehen, ne? Ja. Ist das schon Schäden, oder? Sag ich mal, naja. Ja. Sind ja ein paar mehr, ne? Normale Gebrauchtspulen, ne? Bisschen Rost. Sven Morrison macht Fotos, damit später niemand behaupten kann, dass er das Auto beschädigt hat. Den Abschlepper holen die Politüre nur im äußersten Fall, wenn Feuerwehrzufahrten, Rettungswege oder Behindertenparkplätze blockiert sind oder der Verkehr einfach nicht mehr durchkommt. Wer war nur noch, Zwinny? Kann sein, dass wir gleich auch mal Hallo wegen dem dahinter, ne? Wir warten noch und dann gucken wir. Alles klar. Danke erstmal. Tschaui. Wenn der Fahrer des Kleinbusses nicht innerhalb der nächsten Minuten auftaucht, wird auch er abgeschleppt. Denn auch sein Auto behindert den Verkehr. Jetzt steht fest, der Bullifahrer ist nicht mal eben nur zur Post. Enrico Knüppel zieht zum zweiten Mal heute die rote Karte. Der Kleinbus hat es in sich. Die eingeschlagenen Räder machen es dem Abschlepper schwer. Hier mit der Abschleppvorrichtung den richtigen Punkt zu finden, ist gar nicht so einfach. Dagegen ist die angezogene Handbremse eher ein kleineres Hindernis. Dafür hat Sven Morrison seine Spezialrolle. Das ist ein kleiner Umwegseite. Umwegvertreten. Das gibt's schon mal. Es gab noch niemanden, den wir nicht geschafft haben. Dauert halt ein bisschen länger. Ein bisschen länger dauert auch die Rückfahrt durch die engen Straßen der Kaiserbäder. Für die drei Kilometer zurück zur Tankstelle braucht Sven im Schneckentempo eine gute halbe Stunde. 14 Uhr. Enrico Knüppel bekommt Verstärkung. Jeden Tag wieder aufs Neue, welche die. Wird einfach nicht lernen, ne? Na, wir gucken mal. Sven Peplow hat heute Spätdienst und kommt dazu. Da geht halt ja schon los mit dem Händertenparkplatz. Ein kurzer Blick. Achso. Alles gut. Dieser Wagen darf hier stehen. Alles okay. So. Gucken muss mal her. Wie sind wir? Du links, rechts? Oder andersrum? Oder wir gucken zusammen mal. Hier haben wir schon mal einen. Wollen wir noch zwei Minuten geben? Also da er hier nur eine halbe Stunde stehen darf. Und wenn ich das richtig sehe, steht er schon über drei Stunden da. Feuer frei. Willst du gleich deinen ersten machen? Ne, ich mach. Ich seh da unten noch einen. Na gut. Joa. Der ist noch heftiger. So ein olles Auto würde ich aber nicht fotografieren. Die Ordnungsamtsmitarbeiter können sich jeden Tag so einiges anhören. Müssen aber auch hart im Nehmen sein. Erst recht, wenn die beiden mal wieder einen Wiederholungstäter erwischen. Ja, kann ich erklären. Weil Sie seit um zwölf mit dem Fahrzeug da stehen, ohne es bewegt zu haben. Doch, ohne Parkstelle. Es wurde mit uns in den Handerfassungsgeräten aufgezeichnet worden. Die Ventilstände haben sich nicht bewegt. Das Auto wurde nicht bewegt. Und es wurde auch... Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit, das Zettel jetzt mitzunehmen. Und ansonsten sage ich es nochmal. Das Fahrzeug wurde heute nicht bewegt. Das ist nicht das erste Mal. Keine Frage. Der Berliner steht immer noch da. Das ist ein bisschen kulant, kann man ja auch sein. Das ist aber keiner von Ihnen. Die StVO sagt vor so lange keine Schwindigkeit. 25 Euro Strafe zahlen. Da müssen wir aber einen Parkplatz suchen. Ja, wo denn? Fragen Sie mir bitte, wo. Ist nicht mein Problem. Es ist ja ein Problem. Das ist nicht mein Problem. Sie wollen hier arbeiten. Es ist hier in Albeck. Ich bin aber von Albeck. Ich wohne auch hier. Ich wohne auch hier. Ich auch hier. Und sagen Sie mir bitte, wo soll ich parken? Hohlen Sie sich eine Monatskarte fürs Rathaus. Hohlen Sie sich eine Monatskarte für die Karlstraße. Ist so einfach. Kommen Sie mit dem Fahrrad. Ja. Ja, Entschuldigung. Fürs nächste Mal. Nein, aber wenn Sie die Gesetze richtig anwenden müssen, wollen, dann müssen Sie alle Autos aufschreiben. Nicht nur... Wenn Sie mal gucken. Nein, nein. Ich rede nicht nur von heute. Und darüber habe ich Zeugen. Alles klar. Schönen Tag. Nein, schönen Tag. Weit kommen die beiden nicht. Sie haben den Beweis in der Hand. Hier oben steht der Tatzeit von 12.30 Uhr bis 15.24 Uhr. Und hier unten stehen die Ventilstände, die um 12.30 Uhr aufgezeichnet worden sind. Und um 12.30 Uhr war keine Parkscheibe ersichtlich. Und die Parkscheibe war auch um 14 Uhr noch nicht ersichtlich. Die Parkscheibe wurde jetzt erst reingelegt zu um 15.30 Uhr. Und wenn Sie sehen, wenn Sie sehen oben, ist der Tatbestand von 12.30 Uhr bis 15.24 Uhr. Ja, wie gesagt, er richtet sich ja nur deswegen auf, weil er, wie gesagt, so oft von uns erwischt wird. Und weil die Leute einfach mal glauben, wir machen nur gar nichts. Ich meine, ich kann nicht überall sein, davon mal abgesehen. Aber er ist natürlich so ein Kandidat, er möchte jetzt nicht lügen, vier, fünf Mal bestimmt schon. Also dann sollte er das doch lernen. Und wenn er sagt, er ist Arlberger, dann frage ich mich ernsthaft, warum er nicht läuft, sondern mit Fahrrad fährt. Also gerade bei so einem Wetter. So ist das. Inzwischen an der Bahn Sina tanke. Der Bullifahrer hat sein Auto wieder gefunden. Eigentlich haben Sie alles richtig gemacht. Und geht denn das überhaupt? Ja, also wir haben dann mal so eine Radrolle runtergebaut und dann haben wir einen vorne hochgekommen. Aber war natürlich ein bisschen nicht so leicht. Also war schon eine Herausforderung. Aber ist jetzt nicht unser Hobby oder unser Sport. Das Ordnungsamt hat angerufen und dann... Alles klar, alles gut. Wie Sie sehen, sind Sie ja auch nicht der Einzelhandfehler. Sehr schön. Kommen Sie sich noch eine Woche drücken. Hallo. Wie schön. Ja, du, wo war abgestellt? Will das Kennzeichen hier? Hm, V-S-F-Ach, das war nicht. Warum wissen Sie noch? Das Ordnungsamt hat uns ja als Auftraggeber war, Auftrag das abzuschleppen. Weil es stand auf einem Gehweg und hat die Fußgängerbänder. Das können Sie hier auch nochmal hin. Das heißt, das Ordnungsamt bekommt 30 Euro und wir als Unternehmen für 150 Euro. Das macht 180 Euro für Sie. Okay. Ja. Sie bezahlen mit Karte oder war? Nee, brauche ich. Das ist eine betere Pille, oder? Ja, ganz schön teuer. So, bitte unterstreben Sie hier mal. Als Halter das vorziehen. Oh, Sie können doch latten. Ja, ja. Ja, was soll's. Na ja, wir hatten unsere Oma mit und die kann schlecht laufen. Da muss ich irgendwo beugen, immer nicht. Da haben dort keine Parkplätze sind. Und da, weiter oben an der Kirche ist ein großer Parkplatz. Da war so eine ältere Frau und die hat mich gefragt, wie lange ich parken will. Und da hab ich gesagt, zwei bis drei Stunden. Und dann hat sie gesagt, es lohnt sich für sie nicht. So ist woanders parken. Dann hat sie mich wieder weggeschickt. Wenn ich bis abends dort geblieben, hat sie gesagt, dann geht's. Aber wegen zwei Stunden ist wenig Geld, was ich eigentlich nehme. Das ist ja krass. Da hab ich mich halt auf den Fußweg gesteckt. Also, es sieht nicht nach B und N-Laden aus. Ja, ja, das ist alles klar. Welches Auto denn? Das ist meiner. Ja, dann kann ich auch weitermachen. Ach, der hat nichts mit Ihnen zu tun? Nein, nein, den kennen wir nicht. Okay. Ja, das waren auch Berliner, ne? Es kommt immer drauf an, wie es in den Wald reinruft. Ja, so ist es tatsächlich. Wenn du von vornherein gleich angeschrien wirst, dann bin ich der böse Politär. Kommt jemand, entschuldigt sich und sagt, ich bin sofort weg, bin ich der gute Politär. Und ich glaube, das ist beim Kollegen genauso. Also, warum sollte ich zum Beispiel bei dem Herrn von vorhin, der mir den Zettel ins Gesicht schmeißt, warum soll ich da noch gut spielen? Also, gute Milie zum bösen Spiel machen? Definitiv. Sehe ich nicht ein. Und vor allen Dingen nicht, weil ich weiß, dass er schon öfter auffällig war. Wie gesagt, kommt jemand, entschuldigt sich. Alles gut, kann man drüber reden. Mündliche Belehrung und erledigt. Wir sind ja nur keine Unmenschen. Ja, auf geht. 16 Uhr. Sven Morrison ist seit dem Mittag im Dauereinsatz. Jetzt muss er nach Kosero, einmal über die halbe Insel. Ein Auto springt nicht an. Zum Glück sind die Straßen frei. Der große Abreise verkehrst schon durch. Also, kommt schon mal vor, dass man nach Wolgast zur Brücke so montags am Tage hier zwei Stunden fährt. Bis dahin. Und dann verschiebt sich natürlich immer die Zeitfenster. Dann müssen die Kunden lange Wartenzeiten in Kauf nehmen. Aber heute ist es eigentlich gut. Eine halbe Stunde sucht er in der abgelegenen Ferienhaussiedlung nach dem Auto. Denn das Navi kennt sich hier nicht aus. Straßen und Hausnummern. Fehlanzeige. So, da ist er. Das ist Ihre Frau. Uh, die ist ja richtig tot. Ja, ja. Stand der längere Zeit oder war er irgendwie an? Nee, er ist gestern zum Monat gefahren. Ich muss aber jetzt sagen, er hat die Macke schon ewig. Er hat auch noch keine Werkstatt gefunden, weil da schaltet sich irgendwas nicht ab. Ja, und dann sind es Verbraucher drauf. Da ist die Batterie leergezogen. Ja. Und bis jetzt konnte ich es immer mit Ladegerät wieder in Gang bringen oder mit Starthilfe. Aber heute hat es eben nicht funktioniert. Okay. Für solche Fälle hat Sven Morrison seinen Power-Akku an Bord. Damit kann man auch einem Bus Starthilfe geben. So. Auf alle Fälle schon ein bisschen heller hier drin. Problem erledigt. Jetzt muss nur die Batterie wieder voll werden. Wir müssen am besten jetzt laufen lassen, eine Runde fahren. Also jetzt bestimmt nicht gleich, wo es bis hin wird. Nee, ich meine ein Stückchen weiterfahren. Bei den Ordnungsamtsmitarbeitern in den Kaiserbädern hat sich die Lage noch nicht entspannt. Wir waren vorhin hier gewesen. Eingeschränkte Talteverbot. Jetzt guck auf die Uhr. Das ist 16 Uhr. Und die stehen alle auf dem Gehweg. Hier steht nicht einer auf der Straße. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Autos. Oh, einer rettet sich gerade. Ja, dann fahren wir nach hinten, parken wir und dann laufen wir. Die Ordnungshüter im Dauereinsatz. Im Kampf um die besten Strandliegeplätze vergessen viele die Straßenverkehrsordnung. Es ist 17.30 Uhr. Politeur Sven Pepelow kennt kein Pardon. Schon wieder ein Auto auf dem behinderten Parkplatz. Hier bleibt es nicht bei einer Verwarnung. Allerdings sorgt das Abschleppen für Stau und Unmut in der engen Straße. So, ihr könnt jetzt mal mitzählen. Das war der Erste, der was gesagt hat. Nummer zwei. Nummer drei. Da hätte ich wieder auf dem Parkplatz rummachen können. Nummer vier. Jetzt rufen wir hier auf die Hand. Ja. Hört ja gar nicht mehr auf. So, jetzt Feierabend. Ja, definitiv. Enrico Knüppel hat Feierabend. Sven Morrison hat gerade mal Halbzeit. Auf dem Rückweg nach Bansin der nächste Panneneinsatz. Dieser Fall ist aber nicht so einfach zu lösen. Also Batterie ist nicht. Nee, nee. Hallo, das ist hier irgendeine komplexere, größere Sache. Ich hatte vielleicht vor acht bis zehn Jahren mal das Problem, dass da so ein Relais kaputt war. Anderser Relais. Am Start. Ja, genau, das wäre jetzt meine Idee. Anderser, anderser Relais. Das Auto kommt zur Diagnose mit in die Werkstatt. Das Ersatzteil muss bestellt werden. Der Urlauber aus Berlin wollte eigentlich morgen abreisen. Hoffentlich kann er das Zimmer noch einmal um zwei Tage verlängern. 19.30 Uhr. Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden. Da stehen doch tatsächlich Autos in der Bushaltestelle. Sven Peplow kann über diese Parksünde auch kurz vor seinem Feierabend nicht hinwegsehen. Bei ihm ist das einfacher zu erkennen, er hat ein Parkticket drin. Das Parkticket hat er heute gezogen um 13.29 Uhr, weil es ein 24-Stunden-Ticket bis morgen ist. Also weiß ich, dass er seit 13.29 Uhr an der Stelle hier steht. Soll heißen, lange Glück gehabt. Schlohnensee-Parkplatz, bitte. Vielen Dank. Danke, tschüss. Hallo, der Erste vorne, bitte. Guten Tag. Ich muss mich etwa gerade jetzt abschrecken. Ist das Ihr Fahrzeug? Das ist gleich bei meinem Fahrzeug. Ja, kleiner Blick. Sven, Sven, wartest du mal kurz? Ja, folgen wir. Darf ich hier nicht stehen? Sie dürfen hier nicht stehen, nein. Das wusste ich leider nicht. Das ist eine Bushaltestelle. Ach so. Gucken Sie mal, und ab dem Schild da vorne, da steht er gebührenpflichtig. Ab da an darf man stehen, ansonsten 15 Meter Halteverbotsschild. Es ist selten, dass Betroffene so verständnisvoll und ruhig auf den Abschlepphaken reagieren, wie dieses Paar aus Berlin. Also ich weiß definitiv, wenn Sie in der Bushaltestelle in Berlin stehen, da werden Sie keine vier Stunden stehen bleiben können. Nee. Nehmen Sie, das ist schon mal der Unterschied. Sven Morrison lässt den Wagen vom Haken. Dennoch, die Anfahrt muss bezahlt werden. Alles klar. 75 Euro. Sven, Ordnungsamt machst du, oder? Wenn er das gleich bezahlen möchte, ansonsten können Sie auch so. Wenn dann, ja. Dann mach ich fertig. Du nimmst das gleich weg. Dann machen wir es. So, dann bekomme ich 21 Euro. Wäre super. Aber Sie sind auch noch rechtzeitig gekommen heute. Trotzdem noch einen schönen Aufenthalt. Wie lange bleiben Sie noch? Wir wollten jetzt noch nach Hause fahren eigentlich. Ich war ja noch drei Stunden. Oh, ja, okay. Dann sind wir weg. Nach zwölf Stunden hat auch der letzte Politör Feierabend. Für Sven Morrison geht die Bereitschaft weiter. Kurz vor Wolgast steht schon jemand am Straßenrand und wartet auf seine Hilfe. So, das war ja. Wir sehen uns. Vielen Dank.